Aufgepasst! Bald ist Weihnachten. Eine gute Zeit, um ruhiger zu werden, die Füße hochzulegen und einfach mal Danke zu sagen. Wenn du das nicht schon regelmäßig tust, dann denke darüber nach, für was du alles dankbar sein darfst. Vor allem Kleinigkeiten sind hier sehr wertvoll. Beachte sie. Als Danke für deine Treue, falls du mir regelmäßig folgst, habe ich mir mit meiner Frau Aileen ein paar leckere Rezepte ausgedacht. Extra für Weihnachten, denn wir finden, die Gesundheit ist das Wichtigste, weil sie die Grundlage für alles andere ist. Warum malträtieren wir dann ohne Pause über die ganzen Feiertage unseren Körper mit nährstoffarmen Kalorienbomben? Die Kalorien an Weihnachten, das sind gar nicht mal das Problem. Du kennst ja sicher den Spruch, zunehmen tun wir nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern hauptsächlich zwischen Neujahr und Weihnachten. Deshalb zeige ich dir heute gesunde Weihnachtsrezepte, die zwar auch ganz ordentlich Kalorien im Tank haben, aber mit den Kalorien jede Menge Nährstoffe. Und das ist wichtig, weil du dann länger satt bleibst und über die Weihnachtstage wahrscheinlich gar nicht so viele Kalorien kauen kannst. Such dir mal ein Rezept aus und teste es einfach. Hallo, ich bin Ernährungs- und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Schön, dass du mit dabei bist. Los geht's. Bevor ich dir die Rezepte vorstelle, möchte ich vor allem denjenigen noch ein paar Extra-Tipps geben, bei denen das Geld vor dem Monat zu Ende ist. Das Wichtigste überhaupt, Liebe kostet nichts. Aufmerksam den anderen zuzuhören auch nicht. Alte Streitigkeiten kosten zwar ein bisschen Überwindung, den ersten Schritt zu tun. Das, was du dann aber zurückbekommst, ist sehr wertvoll. Das Gefühl der Versöhnung. Vielleicht gibt es Redebedarf? Das wäre doch mal ein sehr nettes Weihnachtsgeschenk. Es gibt auch grundsätzliche Tipps, die dich besser durch die Weihnachtszeit bringen, die genau dann interessant sind, wenn du genau weißt, dass du dich wieder nach Weihnachten ärgern wirst und dich selbst verfluchst, dass du schon wieder komplett kalorientechnisch entgleist bist. Das muss nicht sein. Hier meine Ideen für dich. Erstens Planung. Eine gute Planung vor den Weihnachtsfeiertagen verhindert Fehlkäufe und einen leeren Kühlschrank, bevor die Geschäfte dann wieder öffnen. Weil man dann doch noch was lange Haltbares irgendwo findet, das dann meistens nicht so gesund ist. Dann zweitens nicht zu viel kaufen. Jede Minute, die du in eine saubere Planung investierst, zahlt sich ganz ordentlich aus. Überlege also ganz genau, was du brauchst. Das spart Geld. Der dritte Punkt. Fleisch ist deutlich teurer geworden. Frage dich ruhig mal, ob es unbedingt Fleisch zu Weihnachten sein muss. Und wenn ja, weil es einfach Tradition ist, müsste es dann jeden Tag sein? Manchmal braucht es einfach eine Alternative und den Mut, sie zu probieren. Der vierte Tipp, falls du das bisher an Weihnachten noch nicht gemacht hast, gemeinsames Kochen mit den Kindern, den Freunden oder dem Partner. Das bringt nicht nur Spaß, sondern stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl. Außerdem schmeckt Selbstgekochtes viel, viel besser und ist meistens auch noch viel günstiger als irgendwelche Fertiggerichte. Fünftens, um Geld zu sparen oder andersrum nicht unnötig Geld rauszuwerfen, plane nicht zu kurzfristig vor Weihnachten. So kannst du in den Wochen vor Weihnachten ein paar Angebote von länger haltbaren Produkten nutzen. Viele können auch an Weihnachten einfach nicht die Finger vom Alkohol lassen. Sie können den gar nicht stehen lassen. Wie wäre es dann, wenn du es mal mit einer Weißweinschorle versuchst? Das ist leicht, lecker und auch gut fürs Portemonnaie, weil du den Wein ja mit Mineralwasser mischst. Mein Schlusstipp, mach es dir so richtig gemütlich, denn das Auge isst mit, wie du weißt. Und wenn die Deko schon satt macht, also ein gutes Gefühl, langst du bei Kalorischem vielleicht ein bisschen weniger zu. So, jetzt kommen aber die Rezeptideen. Ich verlinke dir die gesunden, sehr leckeren Rezepte dann in die Videobeschreibung unter diesem Video. Beginnen wir mit den Vorspeisen. Die erste ist Kürbis mit Zimt, Feta und Rosmarin überbacken. Das sind Vitalstoffe und Eiweiß pur. Vorsicht, das macht ganz schön satt. Nicht, dass du den Nachtisch ausfallen lassen musst, weil du nicht mehr kannst. Oder Vorspeise 2, übrigens sein Lieblingsessen, eine Süßkartoffelsuppe. Die hat richtig Nährstoffpower. Die Nummer 3 ist eine Gemüsebrühe mit Flädle. Die gibt dir einen Vitaminkick. Die Flädle, kennst du eigentlich diesen Begriff? Kannst du mit Dinkelvollkornmehl machen, dann haben sie natürlich viele Kohlenhydrate und weniger Eiweiß, klar. Wenn du sie in sehr gesund und eiweißreich machen möchtest, dann kannst du auch ein spezielles Backeiweiß oder eine Pancake-Mischung dafür verwenden, mit dem du natürlich auch noch andere tolle Gerichte machen kannst. Die beiden sind vielseitig einsetzbar. Bitte beachte aber, weil in den beiden Produkten sehr hochwertige Rohstoffe drinstecken, kannst du das zwar mit den Back-Eigenschaften eines Mehls vergleichen, nicht aber mit dem Preis. Der ist natürlich schon spürbar teurer. Vielleicht ist es aber deine Gesundheit und Figur wert? Wenn du das noch gar nicht kennst, dann klick mal auf den Link in der Videobeschreibung. Jetzt zum Hauptgang Nummer 1, Semmelknödel mit Pilzragout. Und daran erkennst du auch, wenn wir zu gesunden Zutaten greifen, dann können wir auch ganz traditionell sehr gesund und lecker essen. Wir haben das für dich zusammengestellt. Klick auf den Link. Das zweite Hauptgericht, da möchte ich gerne an das erste anknüpfen. Vielleicht geht es nämlich auch einen Ticken leichter. Du kannst nämlich statt der Semmelknödel auch Low-Carb-Rösti machen. Großer Vorteil, deutlich mehr Eiweiß. Und das macht satt. Und jetzt die Nachtischauswahl. Wie wäre es mit einem fluffigen Kaiserschmarrn an winterlichem Pflaumenkompott? Das hört sich zu gut für dich an. Teste das Rezept. Oder ein himmlisches Bratapfel-Dessert mit Spekulatiuscreme. Das wäre doch mal ein Versuch wert. Klick auf den vorhin angesprochenen Link und suche dir mal eines dieser Rezepte aus. Mach es in den kommenden Tagen. Vielleicht schafft es da ja was, regelmäßig zu Weihnachten in der Zukunft, weil es einfach so lecker und dann auch noch gesund ist. Ein Versuch ist es wert. Oder? Nach den ganzen Rezeptvorschlägen habe ich jetzt selbst Hunger bekommen. Ich muss mich mal da drum kümmern, dass der was abbekommt. Jetzt noch ein Schlusstipp. Lass es erst gar nicht zu großem Hunger kommen. Wenn der dich gepackt hat, wirst du zum Kalorien-Zombie und futterst unüberlegt alles, was nicht zurückbeißt. Das ist dann eher was aus der Rubrik Füllstoffe. Macht schnell satt, hat aber kaum Nährstoffe. Dann klopft der Hunger bald wieder an und das Spiel geht von vorne los. Schatz, ich habe dir gerade einen Bratapfel mit deinem Rezept gemacht. Oh, lecker. So kann Weihnachten kommen. Danke, Schatz. Schöne Weihnachten. Bleib gesund. Aber mach auch was dafür.